Okay, mal eben kurz den Plan für heute announcen. Wir wollen heute ein paar Sachen drehen. Sowas zum Beispiel. Ich wollte noch so ein paar Stücke wieder aufziehen. So, wir wollen heute jetzt Sachen drehen. Auf die Wiesen. Und heute Abend zu einem Freund von diesem ominösen Menschen hier gehen. Um dort alkoholische Getränke zu konsumieren. Höchstwahrscheinlich, ja. Cool, das ist der Tagesplan. Tolles Leben. Gut, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. Die Einleitung für den heutigen Tag. Ich habe einen Küken getötet. Das ist jeder, der das... Jeder, der das... Jeder, der das jetzt gucken wird, wird zu sagen, geil, ich will jetzt aufbaken. Ja. Jetzt kommt so eine super generic Rennspielmusik. Das läuft immer sonntags ab 22 Uhr auf eins live. Eins live Tier. Guck mal wie... Ach du Scheiße. Jetzt wirken wir voll professionell, guck mal. Oh yeah. Das ist so, so... Hier ist Forza und da ist Forza. Nur Microsoft Produkte, Fanboy. Schön. Daddy würde jetzt zum ersten Mal Forza spielen. Nee, Forza Horizon. Zwei. Die... Den würde ich spielen. Wie? Er ist in mir gespawnt. Fahr! Ja. Die Musik! Oh, was geht los? Schalten! Es ist die Musik dabei. Jetzt sind seine göttlichen Skills. Mit der Musik. Und vielleicht nicht gelangen aus dem Baum. Alles gut. Oh Gott! Es gewittert zu sehr. Das Spiel zeigt gerade alles, was es kann. Hey, ich habe auch noch Regeneffekte. Und lacht by the way. Fie die Bitch. Oh Gott! Was zur Hölle ist das für ein Riff? Du bist auf der Gegenspur? Geisterfahrer! Komm, jetzt kontrolliere dich! Er fließt! Er fließt! Wie ewig ist das einfach aus? Ich überhole ihn! Das sieht einfach so episch aus, wenn du so vollkommen random durch das Maisfeld bretterst. Das ist so geil! Ich komme jetzt noch nicht mal mit dem Wagen einfahren in Fri Rom. Ah, es ist Handbremse. Und der Rest sollte ich selbst begrenzen. Alter, wie schwer ist denn die... Erstmal alles umgegärtnert. Ja, du hast deinen Checkpoint verpasst. Wo bin ich? Wo muss ich lagen? Hier. Ja, du fährst in die falsche Richtung. Oh nein. Bleiben wir stehen. Und fahren im vierten Gang an. Dich so langt und durch die Fische. Sneaky, sneaky. Wo fährst du? Leute. Ich fahre nur ein bisschen auf. Ich bin gegen nichts gegengefahren, ja. Ich meine, seriously, du stellst dich selbst in so einem Spaßmodus und crashst du gegen jeden Baum, den du siehst, du musst nicht die Krone von den Bäumen klauen, du musst die Krone von den Augen klauen. Wir bauen der weiße Dram, damit sich vom Apfel essen kann, ja. Da kommt einer, da kommt einer, links, links. Ja. Nein. Ja. Nein. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Wie kann man durchfahren? Kann man. Man kann auch durchfliegen. Ich finde, ich fahre schon sehr gut. Fast die Hälfte geschafft, meine Strecke. Ja, ne. Ich möchte mal kurz die Aftermath zeigen. Ich könnte sogar meinen, das wäre etwas unaufgeräumt hier, aber... Aftermath? Ja, da muss die schlafen. Guckt euch das mal an. Einfach auf dem Boden. Und er hat vergessen, dass hier deine Mama hat da nämlich noch weise Voraussicht, oder du vielleicht sogar, das was noch dümmer wäre, so Decken hingelegt, die man eigentlich hätte unterlegen sollen. Echt jetzt? Die liegen da. Ach, die da drunter, oder wie? In der Nacht drehe ich mich so und ich so... Ach so, das ist nur meine... Das ist nur die Decke, die ich immer über mein Bett drüber tue, wenn ich es gemacht habe. Ja, egal, das hätte... Ach, egal. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist mein Rücken schon kaputt. Oh. Ich habe euch 15.000 Mal gesagt, dass einer am Boden schlafen muss und dass ihr euch darauf vorbereiten sollt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich auf dem Boden Boden schlafen muss. Auf dem Boden Boden? Nein. Nein, 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 nein. Boah, wo ist jetzt die Mail von der Sch... 15 Uhr. Dann sollten vielleicht die Schüsseln wegschlafen, die du so probierst. Also, die sind mir ähnlich, eigentlich. So, anyway. Man, I know where to wish. Oh man, that can too ping. Oh, jetzt hat mir diese arminöse WG mit Bonenhand geschlafen. Auf dem Stativ? Ja. Warum hast du nicht zwei Stative? Oh Gott, das ist ja richtig schwer. Weil ich herausgefunden habe, nachdem ich mir das gekauft hatte, dass wir eins haben. Where is the loading station? Du hast ja den Stativ einfach so random. Where is the loading station? Ja, Eltern haben sollen auch mal angeblich Fotos gemacht haben. It is the way. The loading station. Ja, die haben wir jetzt für die Controller, aber auch nur die beiden Kabel. Schlau. Ne, talk doch näher. See, du musst aufpassen. Du shakst die Kamera schon. Ne, talk doch näher. Ne, talk doch näher. Jetzt muss ich erstmal feststellen, wie ich den Scheiß hier drauf installiere. Ich habe das noch nie gemacht. Making off. Ich glaube, du brauchst einen Treiber dafür. Cool, das ist jetzt alles perfekt Setup. Sehr schön. Hey. So, wir sind wieder on the road. Yes. But this time, wir verabschieden die erste Person... Oh Gott, ich fange schon wieder mit an, gell? Da steht's. Sonst im Englisch. Gott, oh Gott. F43, okay. Ja, äh... Es war cool. Es war ganz schön. Wir machen das nochmal. Machen das, definitiv. Ja. Ja, es war sehr... Wenn wir die Zeit finden. Ja. Viel, viel Videomaking und Partygames. Das lässt sich alles viel besser machen, wenn man auf einem Sofa sitzt. Ja, das Sofazocken war einfach so cool. Das Sofazocken war so oldschool. Das war einfach so oldschool. Vor allem das Footage, das man dann halt am Ende hat. Wie dieses so einfach so... Bitte. Wir nennen das Video auch Sofazocken. Ja. Back in the year 2004. Sofazocken. Diese Virtual Cup. Hier vorne rechts. Sie wissen halt nicht, ob der alte Verbot ist. Ah, da werde ich nicht stellen können. Mhm. Es wird gepa... Ähm... 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 Was? Der Herr, ja. Wie es scheint, äh... wird sich wieder nach Hause vertonisiert. Äh, ja. Ja. Es waren gute Zeiten, aber auch für mich heißt es nun... Time to say goodbye. I think. But we will, ähm... Ja, verdammt, das wollten wir ja lassen. Ähm... Oh ja. Unser Englisch war nein. Wir werden hier nicht mehr los, nie wieder. Wir werden es mit Sicherheit wiederholen. Ja. In Mirama-Zeit. End. Äh... Und... Ja. Ich hoffe... Ähm... Die Menge an Videos ist ausreichend fürs Erste. Ja. Es wird wahrscheinlich alles ziemlich lange dauern, ähm... Bis das irgendwann mal kommt, ja. Den ganzen Kram überhaupt zu managen und dann irgendwann hochzuladen. Also... Das kann ja sonst wann sein. Ja. Bereitet euch darauf vor, dass es lange braucht. Ja. Okay. Ja. Ja... Das habe ich... immer gerne in Level-R bespielt. Oder Project-R oder wie hieß das? Wenn ich weiß gar nicht... Project-R? Ne... Okay, jetzt hier zieh! No... Level-R heißt das... Das ist doch ein Free-to-Play-R-Spiel. Oh okay... By the way, das... Der Spiel aus dem... der Name Nostradamus entsprinde, das ich bei allem angewandt habe, ja, tatsächlich in deinem Windspiel. Nice, die Heinze-Scenes-Fotage. Die Heinze-Scenes-Fotage, How Psycho died in a car accident. Was zur Hölle hast du gemacht?